Anwendungsfälle stehen aber nicht nur in Beziehung zu Akteuren bzw. Akteurinnen. Es gibt auch Beziehungen zwischen den Anwendungsfällen. So kann man festlegen, ob ein Anwendungsfall als Teil eines anderen Anwendungsfalls ausgeführt werden muss oder kann. Zudem gibt es eine Generalisierung zwischen Anwendungsfällen. Die Generalisierung kennen wir ja schon aus dem Klassendiagramm. Also schauen wir uns die Beziehung zwischen Anwendungsfällen an. Die erste Art von Beziehungen zwischen Anwendungsfällen, die wir behandeln wollen, ist die Include-Beziehung. Die Include-Beziehung benötigen wir, wenn ein Basisanwendungsfall, in unserem Fall hier A, unbedingt für seine Funktionalität das Verhalten eines anderen inkludierten Anwendungsfalls benötigt. Das heißt, A inkludiert B. Die Beziehung wird angegeben durch einen strichlierten Pfeil, bei dem in Angle-Brackets Include spezifiziert wird. Das bedeutet, jedes Mal, wenn A ausgeführt wird, wird auch unbedingt B ausgeführt. Jedoch gilt auch, dass B immer noch ein selbstständiger Anwendungsfall ist. Das heißt, ich kann B, den inkludierten Anwendungsfall, auch ohne A ausführen. Daher ist es auch wesentlich, dass ich angebe, welche Akteurinnen bei der Ausführung von B beteiligt sind. Das heißt, auch ein inkludierter Anwendungsfall hat immer Beziehungen zu Akteurinnen. Das wird in der Praxis sehr oft falsch gemacht, weil sehr viele Modellierer unterstellen, dass eine Beziehung des Basis-Use-Case an den inkludierten Use-Case weitergegeben wird. Das ist jedoch laut UML-Notation nicht der Fall. Sehen wir uns das an einem Beispiel an. Wir haben wieder einen Anwendungsfall aus dem Bereich Student Administration und dieser Anwendungsfall ist die Ankündigung einer Lehrveranstaltung, die durch eine Professorin durchgeführt wird. Jedoch ist es bei der Ankündigung einer Lehrveranstaltung auch immer notwendig, dass eine Lehrende dieser Lehrveranstaltung zugeordnet wird. Dementsprechend ist der Anwendungsfall der Zuordnung ein inkludierter Anwendungsfall in der Ankündigung. Jedoch kann ich die Zuordnung einer Lehrerin zu einer Lehrveranstaltung auch alleine ohne der Ankündigung ausführen. Und ich habe gesagt, wir müssen auch festhalten, wer diese Ankündigung ausführt. Wir haben gesagt, dass die Beziehung des Basis-Use-Cases durch INCLUD nicht vererbt wird und dementsprechend ist es unbedingt notwendig, dass wir festhalten durch diese Beziehung, dass die Zuordnung einer Lehrenden durch eine Professorin durchgeführt wird. Nur dann ist das Beispiel richtig. Noch ein Beispiel dafür, dass wir gesagt haben, die inkludierten Use-Cases müssen auch selbstständig ausführbar sein. Wir könnten ja in Erinnerung an unser Kaugummi-Beispiel festhalten, dass das Kaufen eines Kaugummis ein Use-Case ist und wir könnten sagen, naja, das Einwerfen der Münze sei ein anderer Use-Case, der inkludiert ist. Beim Kaufen des Kaugummis muss ich unbedingt eine Münze einwerfen. Jedoch wissen wir, dass ein Anwendungsfall einen Nutzen für eine Akteurin darstellen muss. Und das Einwerfen einer Münze ist kein Nutzen, sogar eher ein Verlust. Daher ist das Einwerfen der Münze kein selbstständiger Anwendungsfall. Dementsprechend kann man das nicht so in einem Anwendungsfalldiagramm darstellen. Die zweite Beziehung, die wir behandeln, ist die Extens-Beziehung. Hier wird das Verhalten eines erweiternden Use-Cases unter Umständen in einen Basis-Use-Case eingefügt. Das heißt, hier haben wir wieder als Basis-Anwendungsfall A und der erweiternde Anwendungsfall B kann unter Umständen A erweitern. Das wird eben durch diese Extens-Beziehung ausgedrückt, wird notiert durch einen strichlierten Pfeil, bei dem in Angle-Brackets Extend angegeben ist. Das heißt, bei der Ausführung von A kann B optional ausgeführt werden. Wichtig ist zu erkennen, dass die Pfeilspitze jetzt umgekehrt zu Include ist. Das heißt, beim Include war die Pfeilspitze beim inkludierten Anwendungsfall, während beim Extend die Pfeilspitze beim Basis-Anwendungsfall ist. Das richtet sich nach der Sprache. Man sollte sich natürlich auch überlegen, an welcher Stelle im Standardablauf von A unter Umständen D ausgeführt wird. Das heißt, wo die Erweiterung erfolgt. Und natürlich, wenn das Ganze optional ist, sollte man auch festhalten, unter welcher Bedingung diese Erweiterung erfolgt. Das heißt, wann diese zusätzliche Ausführung von B erfolgt. Wir sehen uns hier das Beispiel wieder aus dem Bereich der Student Administration an. Das Beispiel ist immer noch die Lehrveranstaltungsankündigung durch eine Professorin. Ich kann eine Lehrveranstaltung ankündigen, ohne dass ich noch einen Hörsaal reserviert habe. Aber ich könnte im Rahmen der Ankündigung einen Hörsaal reservieren. Daher erweitert die Hörsaalreservierung die Lehrveranstaltungsankündigung. Wichtig ist immer noch, dass ein Use Case selbstständig durchgeführt wird. Und daher muss ich nicht nur bei der Ankündigung zur Lehrveranstaltung die durchführende Professorin angeben, sondern auch für die Reservierung eines Hörsaals benötige ich als ausführende Akteurin die Professorin. Und daher habe ich auch hier verpflichtend eine Beziehung anzugeben. Es könnte auch der Fall eintreten, dass ein und derselbe Anwendungsfall nicht nur durch einen Anwendungsfall erweitert wird, sondern auch durch mehrere Anwendungsfälle. Hier würde unsere Lehrveranstaltungsankündigung einerseits durch das Reservieren eines Hörsaals erweitert werden und andererseits durch die Ankündigung einer Prüfung. Das bedeutet, der Fall der Lehrveranstaltungsankündigung wird an zwei verschiedenen Stellen im Standardablauf erweitert. Und dann könnte ich diese beiden Stellen, wo erweitert wird, explizit festhalten. Das heißt, ich gebe an, für die Lehrveranstaltungsankündigung gibt es zwei Stellen, zwei Extension Points, wo erweitert wird und ich benenne diese Extension Points einmal mit Enter Exam und einmal mit Select Lecture Hall. Und bei den Extend-Beziehungen kann ich dann diese beiden Erweiterungspunkte nutzen. Das heißt, ich gebe hier in einer Notiz bei der Extend-Beziehung an den Extension Point, nämlich hier Select Lecture Hall und ich gebe zusätzlich eine Bedingung an, unter der die Erweiterung erfolgt. Diese Bedingung wäre hier Lecture Hall ist free. Auch beim zweiten Extend habe ich hier diese Angabe, wieder eine Bedingung, Data Entered und ich gebe den Extension Point Enter Exam an, der auch hier bereits festgelegt wurde. Die dritte Art von Beziehungen zwischen Anwendungsfällen ist die Generalisierung. Die Generalisierung kennen wir ja schon vom Klassendiagramm und sie ist hier sehr, sehr ähnlich. Wir haben hier den Fall, dass ein speziellerer Anwendungsfall B von einem generellen Anwendungsfall A erbt. Die Beziehung, die Generalisierungsbeziehung, wird wie im Klassendiagramm durch diesen geschlossenen Pfeil dargestellt und damit wird auch ausgedrückt, dass B das Verhalten von A erbt. Das bedeutet, B übernimmt die Grundfunktionalität von A und kann dieses Verhalten überschreiben oder auch ergänzen. Was zusätzlich auch noch gilt, wie beim Klassendiagramm, ist, dass der Unteranwendungsfall alle Beziehungen des Basisanwendungsfalls erbt. Das heißt, in diesem Fall erbt B auch diese Beziehung zum Akteur. Das ist entscheidend, wenn wir uns das hier in dem Beispiel wieder ansehen. Wir haben hier einen abstrakten Anwendungsfall. Auch das ist möglich. Announce Event. Announce Event kann nicht selbstständig ausgeführt werden, sondern es muss unbedingt ein Sub-Anwendungsfall von Announce Event ausgeführt werden, weil dieser abstrakt ist. Und wir haben eben das Ankündigen einer Lehrveranstaltung als Sub-Anwendungsfall von Announce Event definiert. Damit erbe ich das generelle Verhalten, einen Event anzukündigen und kann das noch ergänzen bzw. überschreiben. Hier diese Lehrveranstaltungsankündigung hat nun keine Beziehung zu einem Akteur, einer Akteurin. Das ist nicht notwendig, weil über die Generalisierung diese Beziehung zu Professor vererbt wird. Jedoch gilt weiterhin, dass das Ankündigen eines Prüfungstermins unter Umständen die Lehrveranstaltungsankündigung erweitern kann. Hier wird nicht vererbt bei Extend, haben wir gesagt, und daher ist es bei der Ankündigung eines Prüfungstermins immer noch notwendig, dass wir hier eine Beziehung zu Professor aufnehmen. Soweit zu den Beziehungen zwischen Anwendungsfällen. Hier gibt es Exclude, Extend und Generalisierung. Aber auch zwischen den Akteurinnen kann es eine Beziehung geben. Diese Beziehung ist Gegenstand des nächsten Videos. Untertitelung des ZDF, 2020